Sie hören eine Information des Podcast-Imperiums. Live aus den Nerd-Studios in Düsseldorf. Ich mag Sand nicht. Er ist kratzig und rau und unangenehm. Er ist einfach überall. Hier kommt Nerdizismus, die Podcast-Show von Nerds für Nerds. Heute wirben wir den Wurm und schnüffeln das Gewürz. Und hier sind eure Harkonnen. Hier sind Chris, Michael und Sascha. Herzlich willkommen zu Nerdizismus, eurem Podcast für Nerds und Cosplayer. Mein Name ist Chris und heute ein Triumvirat des guten Geschmacks, ein Feuerwerk der guten Laune und wir sind alle froh, dass wir Sand mögen. Denn mit mir dabei heute erstmal Nerdizist Michael. Hallo. Hallihallo. Und eine Stimme, die wir schon lange nicht mehr gehört haben. Ich würde sogar fast sagen, seit dem letzten Mal, als wir über Dune geredet haben, das war im September 21, der Sascha von Sireden. Hallo. Ich bin der Bauer im nervischen Dreigestirn. Hilau. Nee, Alav. Und Hilau. Eilat. Ahoi, sagt man ja in Malibuisch. War ich wirklich dabei, als wir das erste Mal über Dune sprachen? Ja, da warst du dabei, der Kolja war dabei und Raphael war dabei. Ach, ich erinnere mich. Okay, das war diese Gelegenheit. Ich wusste nicht mehr, für welchen Podcast das war. Wir haben über zwei Stunden erst über das Buch gesprochen. Ich habe nochmal reingehört. Dann haben wir den David-Lynch-Film nochmal durch den Mangel gedreht. Und der kam eigentlich erstaunlich gut weg. Und dann haben wir eigentlich mehr oder weniger den Stab über die seelennose Danny Villeneuve-Verfilmung von Teil 1 gebrochen. Waren aber guter Dinge, dass mit Teil 2 ja nur alles besser werden kann. Und jetzt sind wir wieder hier. Was waren wir naiv? Jetzt sind wir wieder hier und wollen über, ja, wie schreiben die Gazetten in den Feuillentons, dem Meisterwerk von Denis Villeneuve. Man muss dankbar sein, dass man so ein Spektakel mit ansehen durfte. 93 Prozent Rotten Tomato Critics Score, 95 Prozent Audience Score. Ja, jetzt kommen wir. Darüber werden wir reden. Vorher noch eine kleine Ankündigung in eigener Sache. Wer uns mal live, beziehungsweise mich mal live sehen möchte, der kann das gerne tun am 20.04. im Rabbit Hole Theater. Da gibt es nämlich eine neue Ausgabe von Nerdy Christmas Live mit Chris von Last Geek Tonight. Und Papa Basti, einem bekannten TikToker und sehr großem Twitch-Streamer, der wird unser Gast sein. Und im Anschluss feiern wir auch noch meinen Geburtstag. Also wenn das kein Grund ist, am 20.04. für lächerliche 20 Euro ins Rabbit Hole Theater zu kommen, dann weiß ich auch nicht. Tickets könnt ihr euch schießen unter rabbithole-theater.de. Dort klickt ihr oben auf Nerdy Christmas und dann könnt ihr auf jeden Fall vorbeikommen. Das wird ganz fantastisch. Ich weiß, der Michael kommt auf jeden Fall auch. Und Sascha, du hast ja doch bestimmt auch schon ein Ticket geschossen. Naja, du weißt, ich wohne im Osten. Da gehen wir am 20.04. ohnehin auf Geburtstagspartys. Ja, ich hätte auch überlegt, ob das Motto irgendwie Prinz Harry sein sollte. Aber wir haben dann davon abgesehen. Nein, also kommt vorbei am 20.04.20 Uhr in Essen im Rabbit Hole Theater. Wir machen eine fantastische kleine Live-Show. Ein paar Tickets gibt es noch, so ungefähr 19 Stück oder sowas. Also von daher haltet euch ran auf rabbithole-theater.de. Ihr supportet damit auch die unabhängige Theaterszene. Das ist auf jeden Fall eine feine Sache. Wenn ihr uns natürlich Feedback hinterlassen wollt, dann könnt ihr das auch machen. Das macht ihr am besten entweder per E-Mail an info.nerdizismus.de. Ihr schreibt eine WhatsApp an die 015259647709. Oder ihr kommt auf unseren Discord, nerdizismus.de. Oder ihr kauft euch, damit ihr auch richtig schön gekleidet seid, für wenige Euronen bei nerdizismus.de. Noch ein kleines Merchartikel von uns, zum Beispiel ein T-Shirt oder eine Tasse. Das wäre natürlich auch ganz toll. Dann supportet ihr diese Show. So, knapp vier Minuten drin im Podcast und bisher noch nichts Gehaltvolles von mir gegeben. Deswegen übergebe ich jetzt mal an euch beide, damit ihr vielleicht noch mal ganz kurz zu sagt, was ihr denn von dem ersten Teil gehalten habt. Damit wir mal ungefähr wissen, wo jeder so steht. Vielleicht hat sich ja eure Meinung auch geändert über die Jahre. Ich bin etwas erstaunt, dass meine Meinung Anno dazu mal so negativ gewesen ist. Ich hatte sie besser in Erinnerung. Aber wenn du das gesagt hast, würde es wohl stimmen. Was weiß ich, was ich gestern gesagt habe? Ich hatte gerade schon gedacht, ich habe es vielleicht schwer in diesem Podcast, weil ich so ganz komplett anderer Meinung bin zu dem, was du gerade rausgehauen hast. Ich war damals, glaube ich, auch nicht bei der Besprechung dabei, so wie ich es gerade rausgehört habe. Nun gut, ich habe ihn zweimal gesehen, den ersten Dune. Und zwar einmal damals im Kino und zum zweiten Mal vor nicht drei, vier Tagen als Vorbereitung auf den zweiten Teil. Und im Kino war ich doch schon einigermaßen begeistert. Ja, man kann sich über die Ästhetik streiten, diese Apple-Ästhetik, die da mit reinkommt. Aber ich war schon begeistert von der ganzen Cinematografie, die da mit reingebracht wurde. Ich kenne jetzt die Vorlage nicht so im Detail. Ich habe den alten Film ein paar Mal geguckt. Aber ich hatte viel Spaß im Kino, weil so ein Film einfach fürs Kino gemacht wurde. Und deshalb bin ich mit sehr positiven Erwartungen reingegangen. Auch wenn ich denke, nachdem ich ihn jetzt vor ein paar Tagen nochmal auf meinem lächerlich winzigen 55-Zoll-Fernseher geschaut habe, dass dieser Film eigentlich nur richtig wirkt. Das ist einer dieser Filme, der nur wirkt, wenn man ihn wirklich auf einer mindestens 100-Zoll-Leinwand oder in einem Kino sieht. Weil einfach die gesamte Bildkomposition, einfach ganz dieses Ding, wie es aufgebaut ist, ist für ein riesiges Bild, für eine krasse Soundanlage und für einfach ein gutes Kinoerlebnis geschaffen. Und das kommt definitiv nicht mehr so rüber auf einen kleineren Bildschirm. Ja, du musst den Film so gucken, wie Herr Willenöfters sich gedacht hat, auf einer Apple Watch. Ja, dafür ist er gemacht, einfach für die große Apple Watch Plus. Genau. Ja, okay, also dann, wie gesagt, bei mir war es jetzt so, ich habe den ersten Teil, ich fand den okayisch. Ich konnte aber auch da schon nicht in die allgemeinen Lobenshymnen einstimmen, weil ich das Pacing damals sehr komisch fand. Und ich erinnere mich noch, dass es so drei, vier Stellen gab, an denen ich dachte so, ja, okay, jetzt ist doch hier zu Ende. Ach nee, geht noch weiter. Ach so, okay, ach nee, geht immer noch weiter. Okay, wo macht ihr denn jetzt den Break? Und ich fand dann die Pause, also wo dann der erste Teil zu Ende war, irgendwie unglücklich gewählt. Das hätte ich an einer anderen Stelle gemacht. Und dafür, dass der erste Teil sich so viel Zeit genommen hat, bin ich jetzt beim zweiten Teil von komplett anderen Pacing-Voraussetzungen ausgegangen und fand den zweiten Teil dann unglaublich gerafft, an den falschen Stellen gerafft. Ich fand ihn vom Pacing her nicht so gut. Ja, Bilder, okay, Musik, gut, es sind einfach halt nur Geräusche. Natürlich waren da tolle Bilder dabei, ja, aber da muss ich ja konsequent in meiner Argumentation sein. Wenn ich Discovery kacke finde, auch wenn die Bilder gut sind, dann kann ich hier an der Stelle jetzt nicht sagen, ja, aber die Bilder sind toll, deswegen ist der Film super. Aber ich weiß das natürlich zu würdigen, ich nehme aber einfach Wahl für mich so als unterschwelliges, also ich habe nie für mich so über diesen Film nochmal nachgedacht, aber mir ist letztens aufgefallen, dass ich dreimal seitdem den Lynch-Film geguckt habe. Und ich finde, das sagt dann halt doch einiges aus. Den anderen habe ich, und ich habe eine Leinwand hier, ich könnte ihn auf Leinwand gucken, aber ich habe ihn nie wieder angemacht, seit ich mich in zwei Jahren im Kino geguckt habe, aber ich habe dreimal den David-Lynch-Film geguckt. Also der Lynch-Film ist ja auch etwas, was man, ich meine, zu unserer Zeit war es noch so, wir haben abends Fernsehen geguckt, auch in der Woche, und irgendwann lief der auch mal dauernd im Fernsehen, und dann ist man da hängen geblieben, weil das dann doch ein sehr amüsanter, kurzweiliger Film ist. Sowas sind diese zwei definitiv nicht. Man muss sich die Zeit dafür nehmen, man muss sich die Energie dafür nehmen. Du kannst nicht innerhalb von 20 Minuten einsteigen und dir das dann weiter anschauen. Das ist mir auch wieder aufgefallen bei diesem hier, dass er braucht ein gewisses Investment von dem Zuschauer in dieses Erlebnis hinein. Und er ist kein Avengers und er ist kein Dune von Lynch. Aber dafür hat er natürlich seine anderen Stärken. Und ich finde, diese Stärken sind beispielsweise, sind die Präsentation in dem Soundtrack, in dem Visuals. Und da sehe ich das mehr als Gesamtwerk. Ja, die Story mag, also die Dialoge mögen irgendwie manchmal nicht so dazu passen. Und das Pacing ist gerade zum Schluss hin sehr fragwürdig. Aber ich habe es eben schon gesagt, ich habe ihn auf einer möglichst größten Leinwand gesehen. Ich bin dann ins IMAX hier im UCI in Düsseldorf gegangen. Und da hat er mich ähnlich gut abgeholt, wie auch der zweite Avatar mich abgeholt hat. Weil ich glaube, einen Film schlecht finden auf einer IMAX-Leinwand, dafür muss der Film schon ganz schön schlimm sein. Also ich kann eigentlich fast alles unterschreiben, was Chris gesagt hat. Es war bei mir ja auch im ersten Teil so, vielleicht war das mal ein ganz Spannungsmoment im ersten Teil, die Frage, wann machen sie den Cut? Weil ich dachte, jetzt machen sie den Cut. Ach nee, geht doch noch weiter. Jetzt machen sie den Cut. Das ging ja exakt genau so. Und dieses Spannungsmoment war im zweiten Teil halt weg. Und ich fand den zweiten Teil, ich saß da auch im Kino und dachte so, wow, also jetzt drücken sie aber wirklich auf die Tube in den ersten 15 Minuten bei diesem Film. Und dann zog sich das Mittelteil wieder so ewig hin, gefühlt bei mir. Und am Ende haben sie alles so ein bisschen hoppla hopp abgefrühstückt. Also ich finde es auch wieder bezeichnend, dass wir wieder über den Lynch-Film reden. Aber ich musste auch, während ich im Kino saß, und das ist dann, glaube ich, kein gutes Zeichen, über den Lynch-Film nachdenken. Und dachte so, na ja, das hat er jetzt aber besser präsentiert. Also vor allen Dingen, ich habe Chris eine wütende Trima-Nachricht im Vorfeld geschickt. Also wenn ich keinen Fate habe, der im Schluppi aus der Dampfdusche tritt, dann zerlege ich das Kino. So weit ist es noch nicht gekommen, aber ich hatte keinen Fate im Schluppi. Das prang aber ich hoch an. Und das Finale vor allen Dingen, der Kampf zwischen Fate und Paul, fand ich im Lynch-Film einfach, episch ist noch so ein blödes Wort, aber ich fand es halt epischer dargestellt. Das war hier bei dem Teil so zwischen Tür und Angel. Weißt du, die haben sich dann in so einer kleinen Kammer getroffen. Ach ja, da gibt es noch ein Duell. Ach ja, hier kommt ein Funkspruch von den großen Häusern, die akzeptieren deine Drohnenübernahme nicht. Ja, dann müssen wir wohl jetzt den Dschihad starten. Ja, Leute, das habe ich auch schon mal besser gesehen. Ach so, Spoiler-Wix. Ja, und vor allem, weil man ja auch dem Lynch-Film immer vorgeworfen hat, dass er halt auch unglaublich rafft. Und dann habe ich mir halt gedacht, ja gut, okay, das ist doch jetzt die Chance für dich hier, es besser zu machen. Also gerade was das Ende halt angeht. Und dann hat es unglaublich lange gedauert, bis der mal in die Gänge kommt. Und das war ja, also nicht falsch verstehen, das sah ja alles toll aus. Und das hatte natürlich auch seine Schauwerte. Und mir war auch, das sollte man so der Fairness halber sagen, ich habe mich auch nicht gelangweilt. Also ich habe mich wirklich nicht gelangweilt. Keine. Das war definitiv auch so. Aber es war halt auf der anderen Seite auch die ganze Zeit so, dass ich halt überhaupt kein Investment in das Ganze hatte. Und ich hatte bei unserem letzten Podcast noch so den Gag gemacht. Ja, also ich meine, das Ganze mutet mich halt, mutet an einigen Stellen halt auch so ein bisschen wie Lebendes Brian an. Und nein, sie machen halt auch, sie zitieren literally, literally, literally aus Lebendes Brian. Ich so, oh nee. Und ab dann war ich halt raus. Da war ich halt wirklich völlig raus. Also als sie wortwörtlich Lebendes Brian zitiert haben, ich bin nicht der Messias, nur der wahre Messias leugnet seine Göttlichkeit. Da war ich raus. Ich war raus. Da war ich für den Rest des Films einfach raus. Das ist mir so, oh come on, Leute. Nee, 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 nee. Vorher war ich schon an einigen anderen Stellen raus. Wir können gleich über die ganzen Charakter noch reden. Und deren Entwicklung. Aber das waren halt so die Dinge. Aber das ist halt so ein Zeichen, wenn dieser Gag reicht, um mich rauszubringen, war ich halt auch vorher irgendwie nie so drin. Und das ist halt irgendwie schade, weil, was ich auch nicht verstehe, ist, man hat sich, natürlich haben die auch im ersten Teil schon sehr viel vom Buch abgewandelt. Ja, okay. Aber es war doch recht werktreu. Und das mochte ich auch irgendwie. Und jetzt sind sie in meiner Meinung nach, da war das natürlich wieder hier Exegese von alten weißen Männern, aber an den völlig falschen Stellen von der eigentlichen Message von Frank Herbert halt abgewichen, wenn du mich fragst. Aber das würde ich gerne eure Meinung dazu hören. Ich glaube, ein großes Problem ist, außer wenn Michael jetzt was sagen will, dann schweige ich natürlich still. Ich könnte auf ein paar vorherige Punkte eingehen. Also ich hatte eher das Gegenteil. Das Problem, dass ich am Anfang relativ gut drin war. Ich fand das im ersten Teil noch sehr distanziert und konnte auch nicht so mit den Atreides mitfiebern, wie die da platt gemacht wurden. Erst zum Ende des Films ist es etwas spannender geworden und hatte man ein gewisses perversichtliches Investment. Und am Anfang dieses Films hatte ich, dass ich mit Paul und seiner Reise mitgegangen bin und erst später ausgestiegen bin, als dann dieser plötzliche Wechsel dahin kam, dass er sich lange Zeit geweigert hat, sich auf die Rolle einzustellen und der Messias zu sein. Und dann in einem Punkt plötzlich dann gewandert hat, okay, jetzt muss ich es machen und jetzt bin ich hundertprozentig drin. Mir gefällt es nicht und ich mache trotzdem jetzt alles Platz. und wo er das, der Chani gesagt hat und sie gesagt hat, okay, ja, verstehe ich. Und sie plötzlich dann gegen ihn rebelliert, obwohl sie doch weiß, dass er es angekündigt hat. Und also im letzten Drittel bin ich komplett rausgesprungen, was die Charakterentwicklung anging, weil sie sich am Anfang, und das ist auch wieder dieses Pacing, sehr viel Zeit gelassen haben, um ihn in die Welt der Fremden mit reinzubringen und um seine Motivation zu erklären und warum er das nicht machen möchte und warum er sich dagegen wehrt. Und dann im letzten Drittel hauen sie ein Ding nach dem anderen raus, was so völlig konträr der Charakterentwicklung des bisherigen Films so entspricht. Naja, da hat er das Wasser des Lebens schon getrunken. Das ist, glaube ich, eine charakterändernde Erfahrung. Das kaufe ich denen schon ab. Aber auch da, diese Geschichte, wo Jessica das Wasser des Lebens trinkt, fand ich tatsächlich bei Lynch besser inszeniert. Das ist auch hier so, ja, gut, ich verstehe es. Vielleicht ist das so ein geheimes Ritual und alle warten nur draußen. Aber ich fand es halt irgendwie so ein bisschen schöner, wo wir auch gesehen haben, wie dieser Wurm ertränkt wird. Dann kommt da dieses Wasser raus. Was sie da in dieser Szene nicht gemacht haben, sondern da musste Jessica halt in irgendein Tempel gehen und sagen, erklär mir das mal mit dem Wurm. Und dann wird einfach ein Wurm sinnlos ertränkt, nur damit wir als Zuschauer mitbekommen haben, aha, so funktioniert das. Also jetzt bekomme ich das erklärt, was ich vor einer halben Stunde oder dreiviertel Stunde gesehen habe. Fand ich inszenatorisch ein bisschen schwach und ich musste sehr herzhaft lachen, als dann Jessica in diesem komischen Korb auf dem Wurm transportiert wurde. Da war ich dann raus. Das fand ich dann nur noch heibern. Ja, ich meine, er hatte ja seine grandiosen ... Das war es auch wieder wie beim ersten. Man hat so grandiose Versatzstücke drin. Gerade diese ganze Szene rund um ... Wie heißt er? Dem Anti-Paul. Fate heißt er, glaube ich. Die ganze Kampfszene bei den Harkonnens, die hat nicht viel zu dem Film beigebracht, aber sie sah einfach als kleine eigene Inszenierung, als Film im Film, als Interlude, war sie grandios. Und man war in dieser Szene dann irgendwann auch richtig drin. Und dann ist man wieder zurück nach Arrakis gesprungen, wo das nicht ganz sich zusammengefügt hat. Und das ist an vielen Stellen in diesem Film so gewesen, dass man plötzlich so Sprünge drin hat. In der Szenerie, in dem, wie alles dargestellt wird, in dem Pacing, dass das mich ab und zu ein bisschen nicht ganz rausgeholt hat. Es war immer noch die IMAX-Leinwand. Und die beschuldige ich dafür, dass ich nie ganz rausgeholt wurde. Aber trotzdem hat es dann so im Hinterstübchen etwas geknackt bei solchen Wechseln. Das mit den Sprüngen ist im Buch allerdings auch. Und ich gebe ja auch allen recht. Also man muss sich auch nicht sklavisch an die Buchvorlage halten. Man kann ja künstlerische Freiheiten mit reinmachen. Also insofern will ich jetzt auch nicht so sehr auf dem Buch rumreiten. Aber ich war an der Stelle immer raus, sobald Fade aufgetaucht ist. Weil ich habe vorher nicht gelesen, wer ihn spielt. Und ich habe die ganze Zeit gedacht, das ist Matt Smith. Und ich saß dann da und dachte so, ist das Matt Smith? Ist das nicht Matt Smith? Und meine Güte, Matt Smith hätte das auch spielen können. Er hat auch keine Augenbrauen. Der sieht aus wie Matt Smith, der Typ. Ja, gespielt wird er ja von Austin Butler. Den habt ihr wahrscheinlich schon mal gesehen, wenn ihr Once Upon a Time in Hollywood geschaut habt. Oder letztens im Biopic Elvis. Da hat er nämlich dann den Elvis gespielt. Das waren so die bekanntesten Rollen, die er eigentlich so hatte. Aber er ist so ein bisschen so the next big thing am Hollywood-Himmel. Neben dem Shyamala Malayali. Ihr habt ja im letzten Podcast dann wahrscheinlich viel über das Buch geredet. Ist ja auch schon dann wieder drei Jahre her, dass irgendwer von unseren Hörern dann mehr davon gehört hat. Ich fand es faszinierend, dass ich in einem der Videos, die ich mir später dazu angeschaut habe, mitbekommen habe, dass Dune ja eigentlich nicht mal als einzelnes Buch geschrieben worden ist, sondern als eine Sammlung von Kleingeschichten oder als drei Bücher, die in einem Magazin erschienen sind als Serials und dann später für das richtige Buch nochmal umgeschrieben und zusammengefasst worden sind. Und das hat sich an vielen Stellen auch hier gezeigt. Ich fand es ein bisschen schade, dass die, also zumindest in meiner Wahrnehmung, viel von dem, was im ersten Film etabliert wurde, halt im zweiten Film so ein bisschen ad absurdum geführt haben. Diese Geschichte wie, was ich großartig fand im ersten Film, wo dann die langsamen Waffen auf die Schilde gefallen sind, die sich langsam durchgebohrt haben und sowas, gab es hier auch vereinzelt. Aber dafür wurde ja auch verdammt viel mit Lasern geschossen. Dafür, dass alle anderen mit Schwertern kämpfen. Und das kann mir keiner erzählen. Die waren sehr allmächtig, diese Laser, ne? Die waren super mächtig. Und ich habe mich die ganze Zeit gefragt, ich weiß, warum, sie sich nicht mit so einem Laser an die Bergkuppe stellen und einfach mal die anrückende Fremenarmee in zwei Hälften teilen, im wahrsten Sinne des Wortes. Weil von denen hat doch keiner Körperschilde. Das ist ja der Grund. Ich sage immer Dune. Ich weiß, die Fetischisten würden Dune sagen. Ich sage, seit dem 12. Leben ist ja Dune. Und deswegen bleibe ich mal dabei im Dune-Universum. Wird halt nicht mit Lasern geschossen. Weil wenn du mit einem Laser auf ein Schild schießt, dann explodiert sowohl der Laser als auch das Schild. Ziemlich umfangreich. Und insofern wird das nicht getan. Aber das wird ja im ersten Teil nicht erklärt. Aber im zweiten Teil, weiß ich nicht, gab es viele Situationen, die man mit einem Laser hätte schneller klären können. Kannst du mir dann erklären? Weil im ersten Teil wurde ja noch mal betont oder wurde in Trainingsszenen gezeigt, dass man durch diese Schilder, wenn ich das richtig verstanden habe, nicht mit schnellen Bewegungen, sondern mit langsamen Bewegungen durchführt. Genau. Aber irgendwie haben sie es dieses Mal geschafft, mit sehr vielen schnellen Bewegungen da durchzukommen, oder? Nee, es war auch immer dann die langsame Bewegung am Schluss. Also es gibt zum Beispiel so eine Szene, wo sie auf diesen Helikopter schießen und da bohrt sich dann auch langsam das Geschütz quasi durch. Nee, das Schild. Ja, okay, das mit dem Helikopter, das stimmt. Aber ich meine jetzt vor allen Dingen im One-on-One-Kampf. Da hatten die, glaube ich, gar keinen ... Doch, da hatten die Schilder an. Ja. Und man sieht die Schilder ab und zu so aufblitzen, ja. Ja, ja. Genau, aber dafür sind die doch relativ schnell unterwegs mit ihren Messern. Ja. Wie ging es dir denn, Michael, als Nicht-Buchkenner? Jetzt kannst du natürlich den Lynch-Film vorher auch, ne? Ja, aber es ist wirklich ein paar Jahre her, dass ich den zuletzt gesehen habe. Okay, konntest du denn dann dem zweiten Teil folgen? Also Forever Nerd Girl war teilweise ein bisschen raus, was so handlungstechnisch anging. Ich konnte ihm folgen, weil ich es dann doch irgendwie im Hinterkopf hatte. Und ich habe auch diese 2000er-Serie, die Dune und die Children of Dune für Sci-Fi, habe ich damals gesehen. Da wurde ja auch noch deutlich mehr erklärt. Und ich glaube, da haben die noch die anderen Bücher noch mit drin. Deshalb habe ich ein gewisses Basiswissen mit drin. Für mich war es nur so, dass sie, und da kommen wir wieder zu so einem Pacing, an manchen Stellen, obwohl sie sich vorher so viel Zeit gelassen haben, dann doch sehr stark springen. Und da muss ich auch wieder dabei pflichten, dass gerade auch der letzte Kampf zwischen Fate und Paul sehr antiklimatisch wirkte, weil er wird so aufgebaut. Und dann hat man dann irgendwie ab der Mitte des Films erst gesehen, dass er als Antagonist aufgebaut wurde. Und dann ist dieser große Kampf innerhalb von zwei Minuten vorbei. Naja, das ist halt das Problem bei Fate grundsätzlich. Der hat sogar hier noch viel mehr zu tun gehabt, als er eigentlich sonst irgendwie so hat. Also das ist halt auch so ein Charakter, der ist halt da, um eigentlich mehr oder weniger sofort gekillt zu werden, weil es in diesem Buch eigentlich ja um was anderes geht, als den klassischen Gut-gegen-Böse-Kampf. Und deswegen hast du hier halt jetzt nicht einfach so den Super-Evil-Blowfeld, der irgendwie besiegt werden muss, sondern hier wird er ja, da kann ich mich jetzt im Buch nicht genau dran erinnern, dass er sozusagen auch der Quisatz-Haderach sein könnte. Das weiß ich jetzt ehrlich gesagt nicht mehr, ob das im Buch auch so war. Da kann ich mich nicht mehr hundertprozentig dran erinnern, ob er sozusagen der alternative Quisatz war. Also er hätte sein, also Jessica hätte einen Sohn, nee, eine Tochter bekommen. Eine Tochter, genau. Hat keine Tochter bekommen. Das Kind von der Tochter und Fate, das wäre dann der Quisatz-Haderach-Zeit. Genau, so rum war das. Und was mir halt wirklich, was ich halt schade fand, war und auch wirklich völlig verschenkt, waren zwei Sachen. Zum einen fand ich die Rolle von Shani schrecklich. Naja, bis zu einem gewissen Teil. Also als sie dann anfing, mit dem Wrestling-Bitch-Face durch die Gegend zu laufen. Ja, genau. Also sie wurde halt irgendwann eingesetzt, als wir kommentieren jetzt für den Zuschauer, damit der Zuschauer auch rafft, dass jetzt Religion scheiße ist. Und das war halt so mit dem Holzhammer, dass es irgendwann nervig war. Ich habe dann echt irgendwann gedacht, na, vielleicht fängt sie auch noch gleich an zu gendern. Und diese Shani kenne ich nicht aus dem Buch. Und ja, du hast gerade eben gesagt, man kann sich auch künstlerische Freiheit nehmen und so. Aber das ist definitiv was, wo es für mich an der absolut falschen Stelle genommen ist. Denn es geht nicht darum, dass jetzt Shani mit Paul bricht. Ganz im Gegenteil. Also es könnte nicht weiter von der Vorlage weg sein. Das ist also eine so 180-Grad-Wende dieses Characters, die auch keinen Sinn macht. Weil A, brauchen wir sie eigentlich später noch, außer wir verändern jetzt halt alles ganz viel. Und die Message von Dune ist ja durchaus, Religion ist scheiße. Aber da brauche ich halt einfach auch keinen Charakter dafür, der mir die ganze Zeit das unter die Nase reibt. Das sollte aus sich selbst heraus klar sein. Darf ich da mal kurz einhaken? Aber sicher. Die Kernaussage ist nicht nur Religion ist scheiße, sondern es ist konkreter gesagt, Religion, wenn sie politisch benutzt wird. Also die Konzentration aus Religion und Politik in einem Boot ist immer dem Untergang geweiht. Und jetzt kommen wir zu meiner Meinung nach Hauptproblemen dieser ganzen Filmreihe, die momentan aus zwei Teilen besteht. Nämlich, dass Herr Villeneuve sich fast ausschließlich auf den Religion-Teil konzentriert und diesen ganzen politischen Teil, der das Dune-Universum für mich sehr interessant macht, wirklich stiefmütterlichst behandelt. Also wie gesagt, dann wird halt mal kurz ein Funkspruch, die großen Häuser akzeptieren das nicht. Oder schick mal einen Funkspruch an die großen Häuser. Oder wir schicken mal kurz dem Imperator wie auch immer vom letzten Wüstenarschplaneten der Welt des Universums aus einer Wüste heraus eine Schriftrolle direkt an den Imperator. Klar kommt die an. Auf jeden Fall. Und dass der Imperator halt auch von den Navigatoren abhängig ist, von der Mafia. Also nicht die Mafia, sondern die Mafia, die Handelsorganisation, die auch eine große Rolle spielt. Und dass die alle an diesem Spice dranhängen. Und dass Paul halt auch die Mafia und die Navigatoren erpresst, im Grunde genommen. Und nicht nur, indem er da eine Atombombe droht drauf, das Spice zu schmeißen. Sondern das ist alles mit mehr Fingerspitzengefühl. Und da bügelt der einfach mal so einfach drüber, dass mir wirklich, was die nächsten Teile betrifft, wo es wirklich hochpolitisch wird, Angst und Bange wird. Also du möchtest damit sagen, dass so der Game-of-Thrones-Aspekt, den du beim letzten Mal erwähnt hattest, völlig halt weg ist. Wobei natürlich das hier vorher war. Aber du hast recht. Jetzt, wo du sagst, der politische Aspekt ist völlig weg. Man redet immer von dem Landsrat und den großen Häusern, ohne auch nur ansatzweise irgendwie mitzukriegen, wie eigentlich das Verhältnis ist. Und ich glaube auch, dass es extrem schwierig ist, für jemand, der die Buchvorlage nicht kennt, eigentlich nachzuvollziehen, warum der Imperator die Atreides überhaupt loswerden will. Bin ich total bei euch. Was anderes hätte ich auch nicht akzeptiert. Da hat man ja ansatzweise ein bisschen was im ersten Teil von mitbekommen, dass es da ein paar Intrigen gibt. Für mich war es okay, dass es im zweiten Teil nicht so rübergekommen ist, weil man sich einfach auf den Aufstieg von Paul und die Einbürgerung in die Fremdkultur konzentriert hat. Aber ja, das trägt vielleicht zu diesem Bruch bei, den ich gespürt habe, oder zu dieser Dissonanz, die zum Ende dann stattfindet, dass plötzlich schnelle Entwicklungen da sind, dass der Imperator aus irgendeinem Grund zu dem Planeten zu Arrakis rüberkommt und dass alle da sind und die scheinbar gar keinen Plan haben, was da abgeht und sich ganz einfach in eine Falle reinlaufen. Was ich allerdings hier gut fand, und da muss ich dir grüß mal wieder widersprechen, ist einfach diese zwei Fraktionen, die den Innenfremden dabei hatten, sowohl Stilgar als auch Chani, die das repräsentieren, das fand ich schon gut gegeneinander aufgebaut, weil man einfach diese zwei extremen Gruppen aufeinanderprallen lassen hat. Wobei Stilgar ja noch krasser eigentlich war, als das, was Chani und die jungen Fremden alles dem entgegenzusetzen hatten, weil die einfach gar keine Chance hatten, da irgendwie reinzubrechen. Klar ist sie dann als gerade junger Mensch mit ihrer Truppe ganz angepisst, dass die keine Chance haben, bei diesen religiösen Fanatikern irgendwas hinzubekommen. Und das war für mich jetzt kein irgendwie woke Ding, was da mit reingekommen ist, sondern das waren einfach diese zwei Gruppen, die sehr stark unterschiedliche Ansichten auf das gleiche Thema hatten, aber am Ende in eine ähnliche Richtung und zwar die Verteidigung von Arrakis gegen die Harkonnens herausgekommen sind. Also ich fand tatsächlich auch sehr schön, dass die Fremen ein bisschen differenzierter dargestellt wurden und nicht, wir sind alles blindgläubige Fanatiker innen, sondern dass dann einfach ein bisschen durcheinander gesprochen wurde, auch mal Widerworte gab. Und dann hieß es, naja, der Stilgar, der kommt aus Bayern, wurde fast so gesagt, deswegen redet der auch so komisch und ist stark religiös. Da dachte ich so, ja, hm. Vom südlichen Teil des Planeten, hm. Der kommt aus Bayern. Ja, ja, da ist man ein bisschen komisch. Ja, weißt du, das ist ja auch okay. Also ich fand einfach nur diese Kommentierung, die war mir einfach so drüber, wo ich mir denke, wenn du es gut inszenierst, dann brauchst du das halt nicht. Dann sollte ich meinem Publikum halt was zutrauen. Das war halt wieder so eine Geschichte, wo dem Publikum einfach nichts zugetraut wird, wo man alles erklären muss. Und dann wird ehrlich gesagt relativ viel erklärt und mal wieder ganz wenig gezeigt. Vielleicht auf deine Frage hin, Michael, warum eigentlich der Imperator kommt. Nun, im Buch macht das durchaus mehr Sinn, denn im Buch weiß der Imperator nicht, dass der Muad'Dib der Fremen Paul ist. Das lernt er erst kennen, als er kommt. Das heißt, er will eigentlich aus Neugier dahin und sagen, wer ist eigentlich dieser Muad'Dib? Den gucke ich mir jetzt mal an. Vielleicht kann ich den nämlich auf meine Seite ziehen. Das ist eigentlich der Plan, den er hat. Hier fliegt er ja hin in dem Wissen, dass das Paul Atreides ist. Okay. Ja, ich mag ja sonst in allem, was ich sehe, Christopher Walken sehr gerne. Aber er war für mich hier, also aus dem, was der Imperator darstellen soll, irgendwie falsch besetzt. Oder er hat es falsch gespielt. Weil er wirkte mehr wie ein gebrochener alter Mann, der ja irgendwie alles ein bisschen schlichten will und dann kein Interesse groß an dem Erhalt des Imperiums hat. Weil ist ja alles so. Also irgendwie jemand, der sich in seinem Luxus verborgen hat, also sich auf seinem Luxus ausruht, während alle um ihn herum kämpfen. Deshalb, ich weiß nicht, wie es im Buch ist, aber für mich war er kein richtiger Imperator hier in dem Fall. Ja, das ist er im Lynch-Film auch nicht. Da lässt er sich auch von allen rumkommandieren. Ich hätte mir tatsächlich, um diesen Eindruck ein bisschen zu entschärfen, tatsächlich auch gewünscht, das meine ich, du hast diese opulenten Wüstenszenen und an anderen Stellen wird da komplett gespart. Ich hätte mir einmal ein CGI-Schloss gewünscht. Hier wohnt der Imperator, ja, in seinem kompletten Luxus. Stattdessen sehen wir diesen komischen Zen-Garten die ganze Zeit, wo er dann ein bisschen Sandfiguren hin und her schiebt. Wie so ein, hat er auch bei Kill Bill den Typen gespielt? Nee, ne, das war ein anderer. Das war David Carradine, gott hab ihn selig in seinem Bannschrank. Ja, stimmt. Also, aber an den hat er mich komplett erinnert, irgendwie so ein bisschen, an Bill aus Kill Bill. Aber ich hätte ihn halt wirklich gerne mal, nicht nur auf Arrakis, sondern auch auf seinem Heimatplaneten, auf dem Thron sitzen, also auf dem richtigen Thron, nicht auf dem Thron, wo wir morgens sitzen sehen. Aber, ja, aber da habe ich halt nur diesen komischen Zen-Garten gesehen und ich muss auch ganz ehrlich sagen, dass ich von Prinzessin Irolan enttäuscht war. Also, ich habe mich ja unglaublich gefreut und habe gesagt, weil ich mag ja komplett, also Prinzessin Irolan ist für mich einer der besten Charaktere, also die interessantesten Charaktere der Dunen-Saga. Und ich fand die in dem TV-Mehrteiler unglaublich gut besetzt. Aber hier war ich ein bisschen enttäuscht. Der TV-Mehrteiler ist ja am Ende des Tages, der TV-Mehrteiler ist ja am Ende des Tages auch mit das Getreuste, was du dir eigentlich so angucken kannst. Der leidet halt nur unter diesen unglaublich grottigen CGI-Effekten, die man damals verwendet hat, weil man halt dachte, ey, wir haben jetzt die 90er, wir brauchen keine Miniaturen mehr. Und das war halt, deswegen ist das Ding unglaublich scheiße gealtert. Aber story-wise geht es, glaube ich, nicht näher an der ganzen Geschichte. Ja, wobei ... Übrigens die ganzen Szenen vom Imperator, die haben mich so dermaßen an sämtliche Film-Szenarien, in sämtliche Szenen in Game of Thrones erinnert, die in Spanien gedreht worden sind. Das war so, hätte auch die Queen of Thorns da sitzen können mit dem Imperator zusammen und zusammen quatschen können. Ich habe auch ein paar andere Sachen nicht verstanden. Also, ich habe nicht verstanden, dass man zum Beispiel Tufi Havert völlig raus. Der kam gar nicht hervor. Michael, du hast den zweiten, den ersten Teil ja jetzt kürzlich noch gesehen. Wird der gekillt im ersten Teil? Habe ich das vergessen? Das ist der Mentat von den Atreides. Der hat ja auch nur eine Nebenrolle. Naja. Der kommt gar nicht hervor. Der hat nämlich eigentlich mehr als nur eine Nebenrolle. Um eigentlich zu sein, hat er eine ziemlich wichtige Rolle in der zweiten Hälfte des Buches. Dann fand ich die Beziehung von Paul und Shani, neben dem, dass sie später halt einfach nur noch die Angepiste spielt, dafür, dass die im echten Leben auch zusammen sind. Irgendwie fing das vielversprechend an, hatte für mich aber nie irgendwie den Vibe. Also, ich habe so die tiefe Liebesbeziehung, die ich ansatzweise abgekauft, niemals. Und Shani ist ja jemand, die natürlich auch Paul kritisiert in der Romanvorlage, aber grundsätzlich immer hinter ihm steht. Also, diese Trennung, die ist völlig aus der Luft gegriffen und die ist nicht mal ansatzweise irgendwo im Buch drin. Ganz im Gegenteil. Sie akzeptiert ja dann sogar später seine Hochzeit mit Prinzessin Irola und haben ja sogar noch ein Kind zusammen. Sie haben übrigens früher schon auch ein Kind zusammen. Ja. Das auch nicht vorkommt. Leto I, der allerdings stirbt und wird sie noch mal schwanger mit Leto II. Und speaking of schwanger, auch Aliyah, seine Schwester, ist jetzt hier einfach nur ein sprechender Fötus. Okay, kann man machen. Aber es hat halt auch schon Sinn, dass sie geboren wird, überdurchschnittlich schnell heranwächst. Es vergehen aber trotzdem ja auch Jahre. Ja, es ist die längste Schwangerschaft aller Zeiten. Ja, irgendwie so, ne? Ja. Und dann eben ja sofort als kleines Kind über diese Stimme verfügt und so weiter und so weiter. Sie ist ja am Ende, ist sie ja fast, ich will nicht sagen, sogar noch wichtiger als Paul, aber fast schon gleichwertig in der Wichtigkeit der nächsten Geschichten. Deswegen kommt sie mir hier irgendwie so, ist okay, kann man so machen. Vielleicht ist das ganz Schlimmste, aber dieser Bruch von Paul und Shani, der geht für mich ehrlich gesagt gar nicht. Den kann ich nicht nachvollziehen. Ich weiß auch nicht, was der soll. Soll das jetzt irgendwie so eine Female Empowerment sein, weil die Idee im Original einfach zu unterwürfig war? Ich weiß es nicht. Also auch Forever Nerd Girl war davon nicht angetan. Also es war jetzt, die kennt die Punktvorlage nicht. Also sie hat jetzt auch nicht gesagt, wow, was für eine tolle Frauencharakter das jetzt war. Ganz im Gegenteil. Da sind wir wieder bei der fehlenden Politik. Also ich dachte auch so, ich glaube, es hackt, als dann hieß so, so Imperator, du bist jetzt abgesetzt und ich nehme übrigens deine Tochter als Frau. So, fertig. Und das wird überhaupt nicht erklärt. Natürlich ist das ein politischer Schachzug von Paul, der sagt, ich nehme jetzt die Tochter, aber kann es klar sein, Irolan, du bist auf dem Papier meine Frau, einfach weil es sein muss. Aber die Frau in meinem Herzen ist immer Shani. Genau, exakt. Und das sagt er auch, klar. Genau, kannst dich gehackt legen. Und dann habe ich so, hä? Nee, so in einem Halbsatz gesagt, ich heirate so wie seine Tochter. So, fertig. Und dann so, naja, okay. Ja, dafür hat man, es ist in der Tat so, man hat sehr viele Schauwerte in diesem Film, der, wir sagen es ja immer, der mehr vibet, als dass er spricht. Obwohl er natürlich viel Exposition da mit drin hat. Und ja, jetzt im Nachhinein, wo ihr darüber redet, sind das alles auch Dinge, die irgendwie störend da drin sind und die wahrscheinlich auch sehr, sehr wichtig für diese Welt an sich sind. Aber im Film selber haben die mich nur am Rande gestört. Ich habe es ja eben schon gesagt, es waren ein paar Sprünge drin für mich, dass diese Dinge passiert sind und dass Chani dann plötzlich gegen Paul war, obwohl sie ein paar Szenen zuvor ihm doch noch zugestimmt hat, dass er das einfach, den Weg einfach einschlagen muss. Oder dass plötzlich alle da waren und irgendwelche Sachen dann in dem Raum mit dem Imperator passieren, die nur ausgesprochen worden sind. Ihr sprecht jetzt quasi das aus, was ich im Hintergrund gefühlt habe, ohne es ausdrücken zu können, weil dieser Film es uns einfach nicht näher bringt. Und das verstehe ich nicht. Ich hätte ehrlich gesagt im Nachhinein dieses Buch Dune und ich sage auch Dune oder Dune ich hätte es jetzt halt wie in den Herr der Ringe in drei Teile gepackt. Also ich hätte jetzt dieses Ding, dieser Film hätte für mich zu Ende sein müssen mit dem Angriff oder kurz vor dem Angriff auf Araken. Irgendwie so um den Dreh oder mit dem Trinken, dass das Paul das Wasser des Lebens trinkt. Da hätte für mich dieser Film zu Ende sein sollen. Dann nehme ich mir dreiein, zweieinhalb Stunden, drei Stunden Zeit für die Entwicklung von Paul, der bei den Fräben ankommt bis zu Paul, der das Wasser des Lebens trinkt. Und das ist für mich dann dieser Teil. Ja, der ist vielleicht ein bisschen langweilig, aber dann habe ich genug Zeit, die ganzen Entwicklungen nachzuvollziehen und ich habe dann auch genug Zeit durchaus und das wäre eben genau das, was du gerade gesagt hast, Sascha, dann auch noch die anderen Häuser zu zeigen. Dann kann ich ein bisschen mehr bei den Hakonnen bleiben. Ich kann vielleicht auch mal diesen Landsrad zeigen und so weiter und ich hätte auch durchaus mehr Zeit für die Intrigen gehabt und auch mehr für die glaubwürdige Love Story. Ich sehe keinen einzigen fucking Navigator in diesen zwei Filmen. Ja, genau, zum Beispiel auch. Und dann wäre mir die ganze Geschichte auch ein bisschen mehr näher gekommen oder so und so. Ja, natürlich sah das auf Gidi Prime bei den Hakonnen super aus. Das war schon eine geile Idee mit dieser schwarzen Sonne und das dann alles schwarz-weiß ist und so weiter. Und ich habe auch den Vibe mit der Nazi-Ästhetik verstanden. Danke, es war ja auch in your face. Aber alles gut, ist auch toll, sah super aus, alles gut, aber kann ich mir halt am Ende des Tages auch nur als Clip irgendwie nur als Clip-Show wieder anschauen. Und ich habe einfach immer das Gefühl gehabt zwischendurch so, da gibt es noch einen Fünf-Stunden-Cut. Ja. Wie hieß der Will Löffkast? Es ist ja der Film, der Film wurde ja, also der ursprüngliche Plan war ja, dass er Back-to-Back filmt. Tun wir eins und zwei zusammen. Dann wollte aber Warner nicht, weil das ein bisschen zu riskant war, das auf einmal zu machen. Ich kann mir vorstellen, wenn sie es Back-to-Back gedreht hätten, dass vielleicht da noch ein bisschen was anderes rausgekommen wäre. Aber im dritten Teil, ich meine, der zweite scheint ja gerade erfolgreich zu sein. Schauen wir mal, wie erfolgreich der am Ende wird. Ist ja, wird ja gerade schon wahrscheinlicher, weil Villeneuve oder wie er jetzt ausgesprochen wird, ich komme jetzt, kann seinen Namen nie aussprechen, ähm, sagte er, er hat einen dritten Teil im Kopf und er hat einen dritten Teil, glaube ich, sogar schon angefangen zu schreiben. Vielleicht kommt da das alles noch ein bisschen mehr mit rein, das politische. Das bezweifle ich halt. Also nach den beiden Filmen glaube ich es nicht. Ich glaube, das blendet er irgendwie komplett aus. Und ich hoffe, dass ich eines Besseren belehrt werde in einem dritten Teil. Und ich bin auch immer noch erstaunt, dass dieser Film so erfolgreich ist, dass diese Filme so erfolgreich sind. Aber gut, andererseits hätte ich, glaube ich, auch damals, Anfang der 90er, als ich die kleinen grünen, so klein waren die gar nicht, die grünen Herr der Ringe Bücher gelesen habe, was ja als unverfilmbar galt, gedacht, dass mal irgendwann Otto Normalverbraucher Herr der Ringe Film gucken würde und das zu einem Kassenhit werden würde. Also von daher, ja, meine Güte, vielleicht ist es einfach. Und ich war auch etwas irritiert, als ich im Kino saß und was für Filme in der Vorschau beworben wurden, es ging wirklich durch die Bank weg. Da habe ich gedacht, wer ist denn eigentlich die Zielgruppe dieses Films? Weil dann ging es halt irgendwie um ein Vampirmädchen, was sich gegen ihre Entführer auflehnt und dann so ein bisschen Body-Splatter-Horror wird. Dann gab es irgendwie einen Film, in der sich die USA in zwei Hälften aufteilen und die Südstaaten sich lossagen, wie unrealistisch. Oh, der Civil War, der Trailer, ich habe den noch nicht vorher gesehen, der hat mir Lust gemacht, den Film zu gucken. Dann ein Trailer für Kong vs. Godzilla und dann noch ein Trailer für Chantal im Märchenland, wo die komplette Reihe hinter uns sagte, boah, geil, das gucke ich mir an. Wo ich dachte so, ey Leute, ihr sitzt hier gerade in Dune und ihr sagt, oh geil, der Chantal-Film. Aber Chantal in Vechtenland, soll das die Chantal aus Fuck You Goethe sein? Jawohl. Und ich habe gedacht so, okay, also wo bin ich hier eigentlich? Mit was für, also was für Menschen sitzen die eigentlich um mich rum? Was ist die Zielgruppe dieses Films? Und ich musste halt immer sehr viel nachdenken in diesem Film. Ich hatte zum Beispiel auch gedacht so, die Fremen zum Beispiel sind ja eigentlich ein Volk, was durch Entbehrung hart geworden ist. Gut, ich sehe natürlich, die wohnen in der Wüste, aber ich sehe halt irgendwelche Typen, die in der Wüste wohnen. Dass aber halt irgendwie jeder Tropfen Wasser wichtig ist, wird halt gesagt. Ja, nee, weinen mal nicht, so eine Träne ist Verschwendung. Aber ich fand selbst die Distillanzüge bei der 2000er-Serie und bei der Lynch-Verfilmung deutlich besser als das, was ich hier gesehen habe. Also ich kaufe denen das harte Leben in der Wüste nicht so ab, wie ich das bei den anderen Filmen gemacht habe. Obwohl mehr Geld drin steckt. Zu dem Thema Zielgruppe. Ich meine, das finde ich das Schöne an Dune. Ich spreche jetzt mal Dune aus. Das finde ich das Schöne an Dune, dass wir sowas im Kino gerade gucken dürfen. Also die junge Zielgruppe wird durch Timothy Chalamet und Zendaya abgeholt und die Leute, die wir drin haben. Und dann werden viele dadurch abgeholt, dass wir in den letzten Jahren einfach nicht solche Art von Filme im Kino hatten. Der erste kam zu Pandemie-Zeiten raus. Ich glaube, war das nicht auch so ein Day-and-Date-Release, der damals auf HBO Max rausgekommen ist und deshalb nicht so viele, die in dem Kino geschaut haben. Dann hat man das letzte Kinojahr vor allen Dingen gehabt, wo klar, so ein Barbie und Oppenheimer haben was Besonderes gehabt, weil wir sonst nur Marvel, Mesh und einerlei von irgendwelchen komischen CGI-Filmen hatten, die alle scheiße aussahen. Und dann kam so ein Uncharted, was auch kacke war. Also es ist schon etwas, was Dune hat, eine eigene Bildsprache, hat eine eigene Ästhetik, ist etwas, was jetzt nicht in den typischen Blockbuster der letzten Jahre reinpasst und einfach eine eigene Stimme hat. Und ich kann mir vorstellen, das sah man ja letztes Jahr an Barbie und Oppenheimer, dass die Leute für etwas ins Kino gehen, was nicht dieser Brei ist, der einfach in den letzten Jahren sich so etabliert hat und an dem man sich gewöhnt hat, auf den man keinen Bock mehr hat. Man will nochmal wieder ein besonderes Kinoerlebnis haben. Und das habe ich jetzt auch wieder bei dem gespürt. So viel wir den auch kritisieren und so viele Sachen, wo sich für mich gerade auch Risse zeigen aus euren Argumentationen, ist es doch etwas, was sich abhebt vom Rest und dadurch wieder etwas Besonderes wird. Hm. Ich glaube, ich halte dem Film immer noch nach, dass er ein halbes Jahr verschoben wurde. Einfach aus Marketinggründen. Ich weiß noch, ich habe mich ja super gefreut, habe gedacht, so geil, wann sollte der rauskommen? Oktober oder November oder sowas. Und dann hieß es, naja, wegen des Writer Strikes, weil den keiner bewerben darf, der kommt erst im März raus. Und meine ursprüngliche Reaktion, die ich, glaube ich, auch so vertwittert habe, war Fuck you. Weil nur aus Marketinggründen den Film, auf den ich mich gefreut habe, einfach mal drei Monate, vier Monate, fünf Monate da hinten schieben. Was für ein Dick-Move ist denn das? Das hat aber wirklich seine Gründe gehabt. Das hat sich während der Writer's Strike Monate gezeigt, dass wenigstens in den USA es enormen Einfluss hat, wenn die Leute auf ihrer Press-Tour sind, wenn die bei, in den ganzen Late-Night-Sachen und in den ganzen TV-Shows sind, um das Ding zu promoten, da haben viele Filme während dieser Zeit extrem gelitten, weil das immer noch so ein Bonus ist, der einen pusht. Und das, da war die Angst, dass der das nicht mehr abgreifen konnte. Ja, ich verstehe es aus buchhalterischer Sicht. Ja, aber aus Fansicht habe ich nur gedacht, ihr seid Arschlöcher. Mir ist ja jetzt gerade erst aufgefallen, als ich während ihr in euer Gespräch vertieft wart aus reiner Langeweile noch mal kurz bei durch den Cast gegangen bin. Das, ich habe ja unsere alte Folge noch mal gehört, deswegen ist mir das gar nicht aufgefallen. Oder, Moment, wann? Nebenbei hast du sie jetzt noch gehört. So lange war es so viel. Wann bitte hat denn Strange New Worlds angefangen? Strange New Worlds kam die erste Staffel nach oder vor Dune? Ich weiß es gerade nicht mehr. Auf jeden Fall ist mir gar nicht bewusst gewesen, und da schlägt es wieder zu, mein Gesichtsasperger, dass der Jarmis ja der gleiche Schauspieler ist wie unser Doktor Mbenga aus Strange New Worlds. Ja, ja. Der Babs Uluschubukun oder wie er heißt. Stimmt. Ja, ist mir, hatte ich entweder verdrängt, vergessen oder ist mir gerade eben erst aufgefallen. Von daher seht ihr, hat es auch was Gutes, wenn ich euch auf einem Ohr lausche und mit dem anderen eben ja noch ein bisschen durch die Gegend surfe. Ja, aber der spielt ja gar nicht mehr mit. Ja. Nur noch als Leiche. Ja, nur noch als Leiche. Ich weiß, aber es ist mir teilweise nicht aufgefallen. Dann lasst uns doch noch mal kurz über die Sachen reden, die alle so loben, die Musik. Entschuldigung. Was für eine Musik? Ja, aber das wird immer gesagt. Das ist halt so ein typischer Hans Zimmer Soundtrack, wie er in den letzten Jahren hat. Ja, Hans Zimmer macht keine Soundtricks mehr. Hans Zimmer macht einfach nur noch Geräusche. Da könnte ich auch Michael Winslow engagieren, ohne Scheiß. Ja, also Hans Zimmer macht keine Musik mehr. Hans Zimmer macht nur noch Geräusche. Nee. In unterschiedlicher Lautstärke. Trotzdem fand ich die Musikkulisse sehr passend. Also ich fand, es hat in diesen Filmen, diese ganze Ästhetik hat mit reingepasst. Und ja, es ist einfach dieses Gewaltige, was Hans Zimmer noch mit drin hat. Er hat sein Inception-Ding dahinter. Das war ja auch, ich fand es sehr passend. Und es hat jetzt nicht herausgestochen. Es war jetzt kein Theme, was ich mir in Zukunft merken werde oder wo ich froh bin, wenn ich auf dem Hans Zimmer Konzert bin, dass ich das höre oder es wiedererkennen würde. Aber zur Kulisse hat es für mich gepasst. Also richtig episch von Hans Zimmer ist der Soundtrack zu Motorradcops, Hard Unlimit. Das war noch vernünftige Musik, die er da komponiert hat. Das waren noch Zeiten. Ich habe mir letztens auch bei Spotify die Playlist zu Cannonball gesichert. So ist es nicht. Auf dem Highway ist die Hölle los. Nein, ich mochte halt so früher die Hans Zimmer Sachen. Ich meine, ich habe letztens eine Playlist gefunden auf YouTube, wo diese, wo klassische Musik, die als Inspiration für Filmmusik gedient hat, ist. Und geklaut haben es alle. Können wir es auf den Nenner bringen. Also auch der John Williams hat ganz kräftig bei Star Wars von dem Planeten, der Symphonienreihe, den Planeten geklaut und so weiter. Also es ist schon extremst frappierend. Also geklaut haben es alle. Da macht sich keiner von frei. Ist dann wohl so Haken dran. Als gut schmälert es für mich so ein bisschen, weil ich mir dachte so, okay, das wären so eigenständigere Komponisten, aber okay, egal. Aber ich mag halt irgendwie bei so einem Blockbuster auch so, dass halt Charakter ihre Themen haben. Noten. Noten, ja, oder um es mit Kaiser Franz zu sagen, hat zu viele Noten. Und das sind halt so, ich mag halt meine Themen. Ich mag gern so ein Heldenthema. Und das konnte der Zimmer früher ja. Also ich meine, das sehe ich. Aber mal ganz ehrlich, wann hast du das letzte Mal einen Film gesehen mit einem Thema? Exakt. Mit einem Heldenzema? Seit Jahren beschwert. Das letzte sind die Avengers und das habe ich auch erst nach 20 Filmen mehr oder weniger drauf gehabt. Aber so ein richtig schönes, geschmettertes Indiana Jones Ding, wo man Gänsehaut kriegt, das gibt es heute irgendwie nicht mehr. Also es ist schade. Es ist irgendwie schade. Jetzt hast du es, Michael, im IMAX gesehen. Ich habe es nicht im IMAX gesehen. Dann ist das wirklich noch mal so viel mehr? Also ich bin generell, solche Filme werde ich mir nur noch im IMAX ansehen. Hatte ich, glaube ich, in irgendeinem der letzten Podcasts gesagt. Den Avatar 2 habe ich im Vergleich, habe ich im IMAX gesehen und habe es dann in so einem Billow-Kino bei mir in der Heimatstadt in der Nähe da gesehen. Und das waren Welten zueinander. Es waren wirklich Welten zueinander. IMAX ist allein das Format, ist ja ein komplett anderes Format. Du hast ja ein ganz anderes Seitenverhältnis, was sich noch mehr da mit reinzieht. Diese Leinwand ist riesig und es ist halt einfach alles abgestimmt. Ich habe letztens eine Doku zu IMAX angesehen. Die haben ja Zugriff von Fern, wenigstens in den USA, auf alle IMAX-Screens, die da so unterwegs sind und können die von Ferne konfigurieren und korrigieren, wenn irgendwelche Fehler auftreten. Also das ist schon das höchste, eins der höchsten der Gefühle. Die haben da Internet? Wenn man ins Kino geht. Jetzt werden wir dir alles noch über das Internet gesteuert. Das ist ja Wahnsinn. Die haben da Internet. Das ist ja unglaublich. Also es kann sein, dass ich eine ganz andere Meinung zu diesem Film hätte, wenn ich ihn in einem normalen Kino auf einer in Anführungszeichen normalen Leinwand sehen würde. Aber er hat mich schon überzeugt in diesem IMAX-Format. Und die IMAX-Vorstellungen hier in Düsseldorf, ich bin ja erst diese Woche dazu gekommen, überhaupt da reinzugehen, weil die alle komplett ausgebucht waren. Echt krass. Ja, ja. In Düsseldorf, da geht man noch gerne ins Kino. Also in Cottbus hatten wir ja noch fast freie Sitzplatzauswahl. Ihr habt ja auch keinen IMAX. Nee, das stimmt. Genau. Es sind ja die in dem normalen Kinosäle, da habe ich nicht geguckt. Aber wenn du in irgendeinen der bekannteren Filme hier in Düsseldorf im UCI im IMAX sehen willst, da musst du wirklich sehr früh buchen. Und ich habe aktuell noch den Vorteil, dass ich fast immer alleine ins Kino gehe, weil irgendwer sich hier noch um die Kinder kümmern muss. Also kriege ich diesen Einzelsitz zwischendrin. Ich habe auch nur schon an der Seite gesessen. Ich habe mir drei Wochen vorher habe ich mir das geholt und habe dann nur einen Sitz irgendwo dazwischen bekommen. Und das zeigt einfach die Qualität, die bei so einem Ding dabei ist. Ich meine, es ist natürlich schön dabei, dass du automatische Sitze hast, wo du die Lehne hoch und eine Fußstütze hochfahren kannst. Das hat nochmal einen kleinen Bonus. Und du könntest sogar, wenn der Film langweilig wäre, dir das so stellen, dass du einfach pennst in den Dingern. Unser Kino war dafür, dass wir gleich am Donnerstagabend waren. Halb leer, halb voll. Kannst du jetzt aussuchen. Wir waren natürlich jetzt auch, ich sage mal, in Mühlheim in OV, in der Originalversion. Er ist vielleicht jetzt in Mühlheim nicht so das, vielleicht nicht so das ideale Surrounding dafür, für Filme in Originalversion. Aber es war definitiv nur halb leer. Wobei es für mich auch keinen Unterschied macht, ob du den in Originalversion oder auf Deutsch guckst, weil zwei Drittel wird eh auf Främisch gesprochen. Was ich auch ein bisschen befremdlich fand, ehrlich gesagt. Da ist das absolute Negativbeispiel jetzt die Shogun-Serie auf Disney+. Also alle 20 Jahre gibt es ja ein neues Shogun. Es ist wieder soweit. Mein Shogun ist ja Richard Chamberlain, wird ja immer bleiben, aber okay. Und jetzt gibt es das halt wieder neu. Und da reden die Japaner halt, gut, okay, alle japanisch, ist in Ordnung, aber das geht jetzt halt schon drei Folgen am Stück so. Wir sind erst in der ersten Folge, ja. Und sie haben halt einen Redeanteil von 95 Prozent oder so. Ich bin es inzwischen gewohnt, dass ich bei meinen Serien noch nebenher andere Dinge tun kann. Jetzt muss ich wieder auf den Bildschirm gucken. Das möchte ich nicht mehr. So kriegen sie dich. So kriegen sie endlich mal solche Zuschauer wie dich, dass die aufpassen. Aber ja, ich fühle mich auch zurückversetzt in meine Anime-Zeiten, wo ich das im Original geschaut habe und die ganze Zeit nur lesen musste. Weil beim Englischen ist es mir mittlerweile relativ egal. Habe ich für meine Frau den Untertitel dran, aber da lese ich schon gar nicht mehr mit. Aber ja, Shogun ist anspruchsvoll. Ja, und ich finde, das ist dann auch anstrengend auf die Dauer. Und dann gibt man sich so Mühe bei diesen tollen Sets und den tollen Schauspielern. Und du kannst die ehrlich gesagt fast gar nicht würdigen, weil du die ganze Zeit nur mit Untertitel lesen beschäftigst. Stimmt. Also es ist eine unglückliche Wahl. Da mag ich ja am liebsten immer noch, meine liebste Transition ist immer noch die von Jagd auf Rote Oktober, wo ein mit krassem schottischen Akzent Sean Connery Russisch spricht und dann die Kamera einfach seinen Mund drauf geht und er dann im Satz dann anfängt von Russisch auf Englisch zu wechseln beziehungsweise Deutsch. Das ist immer noch das Beste. Ich möchte die beste Transition in den Raum werfen aus einem anderen Christopher Walken-Film, nämlich Wayne's World 2. Was ist da denn nochmal? Ich erinnere mich dunkler, aber hoffe ich nochmal eben kurz ab. Wayne und Cassandras Vater liefern sich einen Kampf. Also Cassandra ist ja in dem Film Chinesin und ihr Vater kommt zu Besuch und sie liefern sich einen Kampf und sagen sie irgendwie, lass uns doch endlich mal von den Untertiteln in Synchronisationen wechseln. Dann haben beide eine total krasse Synchronstimme. Eine gute Idee, Wayne. Stimmt, ich erinnere mich. Dabei, Chris, hätten sie in Shogun, haben sie ja sogar das beste Beispiel in der ersten Episode, wie sie diese Transition hätten vollziehen können, wenn du dich an die erste Szene, wo er übersetzt wird zu dem anderen, da reden die ja quasi miteinander in ihrer eigenen Sprache und das hätte man ja quasi so die Transition hinbekommen können. Aber gut, wie ist das Anzeichen? Immer wenn wir zu viel abschweifen, dann sagt das viel über den Film aus. So sieht's aus. Also ich hab mich nicht gelangweilt. Ich guck den vielleicht auch noch mal als Vorbereitung auf einen Dritten, sofern er dann kommt. Aber ich glaube nicht, dass das für mich so eine regelmäßig zum Rewatch einladende Reihe wird, wie ich halt regelmäßig mal Herr der Ringe reinschmeiße oder irgendwie sowas. Ich bleib einfach und ich merk's einfach immer noch beim Will Löffding, beim David Lünschding hängen. Wahrscheinlich, weil da halt auch so ein bisschen Kindheits-Vibes mitschlein. Und weißt du, bei all seiner Weirdness hat diese Weirdness aber halt Schauwerte. Ja, und das ist mir einfach hier zu clean. Wenn ich mir da anschaue, dass der Thronsaal vom Imperator, dieses barocke, übergoldene, diese übergoldene Saal, dann bist du bei diesen völlig Industrial Hakkonen mit der Mäusepresse. Und dieses Pickel aussaugen und so. Ich meine, ich fand das als Kind höchst verstörend, als ich das geguckt habe. Aber heute kann ich das irgendwie so würdigen. Heute hat das irgendwie was. Einfach so ein Planet voller Irren. Und bei den Atreiden, da ist das alles so schön erdig und das ist so eine schöne Burg. Und die ist so, ja. Und das fehlt mir hier irgendwie alles. Hier geht alles über Geometrie, hab ich so das Gefühl. Und dann kam natürlich auch eine kleine Sache. Das sind halt diese Dinge, die mich dann immer rausholen. So ein Mentat, der ist scheißenteuer. Den killst du halt nicht reihenweise, wie die Hakkonen das machen. Der braucht Jahrzehnte, bis der ausgebildet ist. Und hier werden halt wie imperiale Offiziere, das ist halt so ein Wegwerfgut. Außer du hast einen Gola-Klon und kannst immer einen neuen Mentaten griffbereit aus dem Schrank ziehen. Ja, okay. Immer denselben. Immer denselben, genau. Ja, also auch diese Mentaten sind ja eigentlich, ehrlich gesagt, eine schöne Sache. Die kommen mir halt eben viel zu kurz. Also, ich war schon so ein bisschen beim Abschlussurteil. Also, der war, weiß Gott, nicht langweilig. Und den kann man sich auf jeden Fall mal angucken. Und da macht man auch nichts falsch bei. Aber in diesen allgemeinen Tenor des epischen Meisterwerks und Jacques Villeneuve, hätte ich schon fast gesagt, Deli Villeneuve hat das Kino gerettet. Ja, kann ich jetzt ehrlich gesagt nicht so einsteigen. Ich wäre aber bereit, dem Ganzen noch mal eine IMAX-Sichtung zu geben. Aber wenn er mir dann besser gefällt, dann muss man halt auch sagen, dann ist es halt auch nur ein Grafikblender. Ich wäre bereit, den Film noch mal in IMAX zu gucken, wenn ich den Toto-Soundtrack dazu kriege. Ja, oder man hinterlegt alle Wüstenszenen irgendwie so mit so einer Tierdoku von Heinz Sielmann oder so. Genau. Ja, ich habe es jetzt beim Rewatch von Teil 1 wirklich gehabt. Also es ist sicherlich auch keine Filmreihe, die ich mir öfters zu Hause auf dem Fernseher anschauen werde. Außer ich werde mir irgendwann doch mal so ein 77-Zoll-Ding zulegen oder eine gute Leinwand mit einem Laserbeamer, mit einem nahen Laserbeamer. Aber ja, ich habe es in den zwei Tagen, wo ich es im Unterschied geschaut habe, gemerkt, das ist eine Filmreihe. Und das ist auch völlig okay für mich. Die muss man im Kino sehen, auf einer möglichst großen Leinwand, mit einer möglichst guten Technik. Es ist schade, dass es einem nicht so ermöglicht wird, das gleiche Erlebnis auch zu Hause zu haben. Dafür gibt es genug andere Sachen, die du gucken kannst. Wir sind ja so im Überfluss des Contents, in einer Überfluss-Content-Welt leben wir. Aber ich finde, es haben auch solche Filme eine Berechtigung, die man vielleicht nur in diesem Format gucken kann und die nur in diesem Format wirken. Dann sind sie vielleicht ein bisschen Grafikblender. Aber dann zeigt es ja auch, dass sie die Vorteile von eines Kinos und Besuchs ausreizen und sehr stark sich da hineinlehnen. Und deshalb mag ich diesen Film, weil er dazu führt, man muss diese Dinger in übergrößer Größe sehen. Sonst kann man nicht wertschätzen, dass da eine riesen Armee da rumläuft, wie riesig diese Sanddünen sind, wie majestätisch das einfach alles aussieht. Und für mich, und das ist vielleicht ein persönlicher Geschmack, für mich sah es alles sehr majestätisch aus. Es hatte einen eigenen Stil, auch wenn es natürlich ein krasser, runtergebrochener Apple-Stil ist. Ich mochte viele der Elemente. Ich mochte vor allen Dingen auch, wie die ganzen Schiffe und die Architektur da aufgebaut worden sind, weil es für mich ein Fluss war. Es war kein Flash Gordon-Fluss, wie es der erste Teil war. Aber es hatte eine Ästhetik, die mich mitgezogen hat und die ich gut fand und wo ich mit reingekommen bin. Und das hat sich auch vielleicht noch mal andere Aspekte, auch teilweise in den Schauspielern wiedergefunden. Ich bin jetzt kein Riesenfan von Timothy Chalamet, aber so ein Javier Bardem als Stilger, der ist einfach immer noch, der hat eine Bühnenpräsenz, die ist so viel krasser noch auf einer Riesenleinwand. Das ist krass. Und auch so ein Josh Brolin, auch wenn er nicht mehr so eine Riesenrolle hier drin hat, da merkt man einfach, wie die Leinwand knistert, wenn der auftaucht. Und selbst so ein Austin Butler, allein durch die Visualisierung, durch dieses Weiße, durch diese Infrarot-Kamera, die da eingesetzt wurde, das hat gewummst. Und das hat richtig, für mich hat das Spaß gemacht. Ich bin beim Teil 1, beim Rewatch ein-, zweimal eingeschlafen vor dem Fernseher. Das wird wahrscheinlich im Kino auch noch mal passieren. Und hatte Angst, dass ich den, weil ich die 9 Uhr Vorstellung sehen konnte, die dann erst um halb 10 angefangen hat, an einem Sonntagabend, dass ich da auch einpenne. Aber ich bin da nicht eingepennt. Und das ist für mich ein mittlerweile ein großer Faktor, der sagt, mir hat dieser Film gefallen, weil ich bin ein müder Vater, der abends ins Kino geht, bei einem zweieinhalb Stunden Film und schläft nicht ein. Das ist ein Pluspunkt für mich. Ja, da hast du recht. In dem Fall gebe ich dir vor, ich bin auch nicht eingeschlafen, ich bin nicht mehr weggenickt. Also das ist wirklich ein Pluspunkt. Das kann ich von Avatar 2 nicht behaupten. Aber apropos zweieinhalb Stunden Film, eine persönliche Frage. Also ich weiß, ich hatte mich mit anderen älteren Herren im Vorfeld unterhalten und die dringlichste Frage war, als es hieß, als wir uns die Lauflänge angeguckt haben, oh Gott, wie stehen wir das durch, ohne zwischendurch pinkeln zu müssen? Gab es eine Pause bei euch in der Vorstellung? Nee, gibt es sowas noch? Pause? Nee, weiß ich nicht. Machen die nicht mehr. Früher war das zu Kill Bill Zeiten, war das noch, hat man gemacht, Avatar 1 Zeiten. Aber mittlerweile will man noch viele Vorstellungen, so viele Vorstellungen wie möglich in einen Tag reinpressen. Seit Pausen gibt es nichts mehr. Interludes gibt es nicht mehr. Also ich muss sagen, ich habe es nicht komplett ausgehalten. Ich musste zwischenzeitlich mal für kleine, den Wurm würgen sozusagen. Schall und Loot reiten. Schall und Loot reiten. Und als ich wiederkomme, begann dann gerade der Sturm auf Araken. Okay. Ja, dann würde ich sagen, haben wir es für heute. Fall oder fällt euch noch etwas ein? Dass ihr unbedingt noch loswerden wolltet. Ich möchte unbedingt loswerden, dass ich einen Punkt sehr gelobt habe, habe ich dir auch Pessri mal schon geschrieben. Das Jean-Dark-Outfit von Prinzessin Irohlan fand ich großartig. Das fand ich ausgesprochen schön. Es gab sehr schöne Kleiderwahlen zwischenzeitlich bei den Damen. Und jetzt die Irohlan aus dem 2000er-Film, aus der 2000er-Serie in diesem Outfit. Das wäre mein Traum. Also, wenn ihr wissen wollt, wovon Sascha nachts träumt, ihr habt es gerade gehört. Jede Menge Male Gays an der Stelle. Und ja, wenn euch das heute hier gefallen hat, dann lasst doch mal ein Däumelein nach oben da und schreibt uns eure Meinung zu Dune 2 und wie euch das gefallen hat. Seid ihr unserer Meinung? Seid ihr völlig anderer Meinung? Glaubt ihr, wir haben Recht? Glaubt ihr, ihr habt Unrecht? Schreibt es uns an info at nerdizismus.de oder eine Sprachnachricht an die 01525 964 7709. Wir freuen uns natürlich immer über Bewertungen bei iTunes, bei Spotify oder bei Podcast Addict. Und nicht vergessen, 20. Vierter Nerdichristmus Live im Rabbit Hole Tirata in Essen. Gast ist Papa Basti. Das wird eine ganz fantastische Sache werden. Also, in diesem Sinne, lieber Sascha, vielen Dank, dass du wieder dabei warst. Ich habe gehört, du hast auch noch ein bisschen Star Trek-Redebedarf. Ja, ja, das müssen wir unbedingt nachholen. Ja, das werden wir dann auch noch machen. Können wir ja gerne in den nächsten Tagen mal machen als Auftakt sozusagen für Discovery. Das geht ja dann auch. Diese tolle Serie findet ein Ende. Wer hätte das gedacht? Nach fünf Staffeln schon. Völlig unglaublich. Man kann es gar nicht in Worte fassen, wie traurig ich bin. Und deswegen, wenn wir da vielleicht mal drüber reden, über den Status von Star Trek im Allgemeinen. Auch Michael, dir vielen Dank, dass du es mit uns ausgehalten hast. Wir haben dir den Film hoffentlich nicht allzu madig gemacht. Und euch, liebe Hörer da draußen, haben wir den Film, wenn er euch gefallen hat, natürlich auch nicht allzu madig gemacht. Denn es ist natürlich immer nur unsere Meinung. Und in diesem Sinne, macht mit Jort bis zum nächsten Mal. Tschüss. Ciao. Eine Produktion des Podcast Imperiums. Bis zum nächsten Mal. Vielen Dank.